Der Ötztaler Radmarathon. Eine unglaubliche Transformation von Energie. 30 Jahre Ötztaler Radmarathon. Eines der härtesten Rennen im Amateurbereich. Kurz vor 7 Uhr warten die Massen bei 3 Grad Außentemperatur auf den Startschuss. Darunter auch Promis wie Jan Ullrich, die sich den Radmythos nicht entgehen lassen. Über 4000 Starter wollen sich heute ihren Traum erfüllen. Bis der letzte über die Startlinie rollt, dauert es eine halbe Stunde. Zwischen 7 und 14 Stunden sitzen die Fahrer heute im Sattel. Ob ihre Energie reichen wird? Die Tontor über vier Alpenpässe beginnt. Von Sölden in Tirol geht es über das Küthai nach Innsbruck. Der Brennerpass führt nach Italien und auf den Jaufenpass. Danach kommt das gefürchtete Timmelsjog. 238 Kilometer und 5500 Höhenmeter gilt es zu bewältigen. Was passiert, wenn Radsport auf Physik trifft, erklärt der Physiker Werner Grober, der uns auf der heutigen Tour begleitet. Es sind natürlich sehr beeindruckende Zahlen, die wir hier bei diesem Radmarathon haben. Über 4000 Personen nehmen teil und jeder von ihnen sollte über 5500 Höhenmeter zurücklegen. Multipliziert man das, dann kommt man auf eine Höhe, ja, am Erdboden bis ungefähr zur Hälfte des Mondes. Nehmen wir aber die Distanz, die zurückgelegt wird, 238 Kilometer, mal 4000, naja, da könnte man 20 Mal um die Erde fahren. Aber umgekehrt 20 Mal um die Erde, dass man dann wieder am selben Ort ist. Aus dem Grund reicht es, wenn man einmal diesen Radmarathon durchfährt. Durch das Erdtal, vorbei am Längenfeld, ist der erste Anstieg nicht mehr weit. Es geht auf 2020 Höhenmeter zur ersten Labestation. Das Güter ist mit 18% die steilste Etappe des Rennens. Untertitelung des Rennens. Kilometer 51. Die Labekütei. Die ersten 1200 Höhenmeter sind geschafft. Jan Ullrich genehmigt sich auch sein Schlückchen. Nach fünf Jahren Pause vom Radsport fährt er heute für einen wohltätigen Zweck mit. Super, super. Alter Mann, aber es geht. 67 Jahre. Unverfledigt. Am Start musste ich eine halbe Stunde warten, bis sich die Startlinie passierte. Es ist kalt hier, aber mir geht's gut. Es ist angenehm kühl. Es sind genau meine Temperaturen. Und ja, ich bin so raufgefahren, fast meditativ. Man fährt rauf und denkt sich, okay, ich könnte so schneller fahren, ich tue es aber nicht. Ich will es nur beenden. Aber die Säuerbock weiß ich nicht. Ich will Bananen essen und ja. Ja, für die 4.122 Teilnehmer, die jetzt am Start waren, haben wir 12.000 Bananen von St. Luca, dann haben wir 16.000 Riegel von Korni. Es gibt die eigenen Ötztaler Kraftkugeln, das sind 4.000 Stück, 11.000 Stück Kuchen von den Hausfrauen in Sölden. Dann insgesamt Getränke haben wir für jeden Teilnehmer 12,5 Liter. Und ja, das Ganze ist so, dass man das ausgerechnet hat, dass ein Teilnehmer ungefähr 8.000 Kalorien verbraucht, was bei 4.000, 4.500 Leuten ja eine Summe ausmacht von 32 Millionen Kilokalorien, die verbraucht werden. Ein spannender Effekt ist, wenn wir mit dem Fahrrad bergab rollen. Hier erreichen wir Geschwindigkeiten 70, 80 kmh. Das ist schon eine sehr beeindruckende Geschwindigkeit. Da bekommst du einen interessanten Effekt, dem Chill-Effekt oder auch Chill-Faktor. Wir haben auf der Körperfläche Schweiß. Dieser Schweiß kühlt ab, wenn Wind vorbeikommt und das ist sehr angenehm, dadurch überhitzt der Körper nicht. Problematisch ist es aber, wenn wir einer sehr hohen Geschwindigkeit ausgesetzt sind, einer hohen Windgeschwindigkeit, dann führt das zu einer massiven Abkühlung der Hautoberfläche und das führt dann dazu, dass der Körper sehr stark abkühlt. Das gilt es zu verhindern. Deswegen reicht es, wenn wir eine ganz dünne, Wasser- oder noch besser Wind-undurchlässige Jacke anziehen, dann kann dieser Fahrtwind zu keiner Abkühlung sorgen und der Fahrradfahrer oder die Fahrradfahrerin kühlen einfach nicht ab. Das ist ja voll gewaltig! Durch die Landeshauptstadt Innsbruck geht es in Richtung Brennerpass. Für Sightseeing bleibt aber keine Zeit, denn bis spätestens halb elf muss der rote Teppich, nämlich die Zeitmessung, passiert werden. Jetzt beginnt die vergleichsweise einfachste Etappe der Tour. Wenn wir uns die Frage stellen, wie viel Energie wird umgesetzt, dann sind es zwei beteiligte Energieformen oder um genauso zu sein drei. Das erste ist einmal der Grundumsatz. Jeder Mensch braucht immer gleich viel Energie, nur um zu existieren, zu atmen und so weiter. Das zweite, was wir haben, ist, wir müssen die Höhenmeter mitrechnen. Das geschieht mit der sogenannten potenziellen Energie oder auch Lageenergie. Nun, das sind hier 5.500 Meter. Und wenn wir jetzt einen Fahrradfahrer mit 70 Kilogramm rechnen und 5 Kilogramm für das Fahrrad, können wir uns ausrechnen, dass ungefähr so ein Fahrradfahrer um die 960 Kilokalorien benötigt. Dann haben wir noch, als drittes, die Bewegungsenergie. Rechnen wir die Bewegungsenergie durch, um diese 235 Kilometer zurückzulegen, dann kommen wir auf einen sehr niedrigen Wert. Aber, da gibt es noch etwas ganz was Gemeines, das ist, dass wir natürlich auch Reibung und Luftwiderstand haben. Rechnen wir das mit, dann kommen wir auf eine Größenordnung von 6.000 bis 8.000 Kilokalorien, die ein Fahrradfahrer benötigt. Das fünfte Mal dabei, hoffentlich geht's gut. Jetzt schauen wir dann mal, dass ich eine Flasche Bier erwisch. Da geht's, da geht's aufwärts. Ja, was glaubst du. Ich war drei Mal die Runde heute, das ist super, bin ich. Kilometer 127, Ankunft an der Labebrenner. Im Schnitt sitzen die Fahrer bereits vier Stunden im Sattel. Energietanken ist jetzt angesagt. Ganz wichtig ist die Ernährung. Was nimmt man zu sich? Big Mac, Leberkässemmel oder klassischen Wieselriegel und Banane? Genau, für mich ist es einfach leicht verdaulich. Der Magen beschwert sich nicht so, wie mit einem Big Mac oder mit einem Fastfood allgemein. Und das brauche ich beim Radfahren. Also einfach, dass der Energiefluss auch in den Muskeln stattfindet und nicht irgendwie mich da beschwert. Und ich mich wahrscheinlich übergeben müsste am nächsten Pass. Also hier darfst du keinen Big Mac essen, hier musst du locker, leicht und krass essen. Paprieste, eine Regel, und der darfst du nicht essen. Problematisch wäre es, würde man ein Leberkässemmel essen oder Fett. Fett hätte den Vorteil, dass es komprimierte Energie ist, aber es braucht sehr lange, bis dieses Fett dem Körper direkt im Blut zur Verfügung steht. Deswegen verwendet man lieber eine Mieselriegel. Und ja, man kann sagen, dass ungefähr für den Ötztaler Radmarathon energetisch braucht man so in der Größenordnung 80, 90 Mieselriegeln, um das Ganze durchzustehen. So habe ich mir das auch gedacht, dass ich hier oben auf dem Brenner mich so fühle wie jetzt. Bei mir kommt es nur aufs Ankommen an. Ich bin nicht in der idealen Gewichtsklasse. Ich wiege über 100 und ich muss nur ankommen. Ich muss nur ankommen und, aber das werde ich. Das werde ich langsam, aber sicher. Alles andere als langsam verlassen die Fahrer nun Österreich und nehmen die Abfahrt Richtung Italien. Es geht durch das malerische Dörfchen Gossensass nach Sterzing. Der nächste Anstieg führt auf den Jaufenpass. Mit bis zu 12% Steigung werden hier 1130 Höhenmeter auf 2090 Meter überwunden. Haben Sie gewisse Nachteile den anderen gegenüber, weil Sie ja doch jetzt ein bisschen... Ich bin 20 Kilo schwerer als die anderen, ja. Ich sage immer, die sollen mal einen Kasten Bier auf den Rücken machen und den Berg hier hochfahren, mal gucken, was schneller ist. Natürlich sollte man, wenn man so am Ötztaler Radmarathon teilnimmt, sollte man noch nicht extra einen großen Rucksack mitnehmen, wo man noch ein paar Bücher für das Reiseliteratur dabei hat. Denn, wenn wir die Höhenmeter überwinden wollen, das ist ja doch das Anstrengende, dann sagt die Formel, E ist gleich M mal G mal H. G ist die Gravitationskonstante. Die können wir leider noch nicht ändern. Die Höhenmeter sind leider vorgegeben. Das Einzige, auf was wir einen Einfluss haben, ist die Masse. Naja, und wenn ich jetzt eher mit meiner Masse teilnehmen würde, dann wäre das sicher hundertmal, also nicht hundertmal, aber um einiges anstrengender, als wenn irgend so ein Nürchtel mit 60 Kilogramm teilnimmt. Das muss man allerdings unterscheiden. Das Körpergewicht sagt noch nichts aus über das Muskelgewicht. Denn hat jemand, auch mit 100 Kilogramm, ist ein einziges Muskelpaket, naja, dann schaut es schon wieder anders aus, als wenn jemand nur 60 Kilogramm hat, aber vielleicht durchaus 10 Kilogramm Übergewicht. Als Denkendung das Wichtigste, schauen, dass man viele Muskeln hat, möglichst wenig Fett. Wobei auch hier muss man sagen, bekommt man eine Infektion, sind ein paar Kilogramm Übergewicht durchaus auch sinnvoll. Ich wollte den alten, dicken Mann leiden sehen. Er leidet. Aber es geht. Ich werde auch oben ankommen. Und ich werde auch oben ankommen. Vor dem Besenwagen. Vielleicht knapp davor. Aber davor. Man muss halt gut einteilen hier. 88 Kilo wird mir kein Berkkönig. Das muss man sich verinnerlichen. Ich beiß mich aber durch, das kann ich euch sagen. Egal wie, Schaltung kaputt, mir fehlen zwei Gänge, aber egal. Das erlebt man nur einmal. Das ist das absolute Highlight. Absolute Highlight für einen, für einen Jedermann, für einen Nicht. Das ist einfach wie ein Profirennen. Die Begleitung, die Zuschauer, das muss man einfach erleben. Hier drin, da merkt man es. Und dann weiß jeder, was los ist. Jeder, der ankommt, ist ein Sieger. Und wer nicht ankommt, ist auch ein Sieger. Apropos Sieger. In der Zwischenzeit liefert sich die Spitze ein spannendes Duell. Roman Herrmann und Stefan Kirchmeier. Der 22-jährige Tiroler verabschiedet sich bereits hier von der Konkurrenz und fährt einen großen Vorsprung ein. Der große Rest kämpft sich zur Labe Jaufenpass hoch. Kilometer 150. Der Körper braucht Energie. Bei mir ist es nur mental, wenn ich es nach einem Training machen würde, was ich vorher gefahren bin, dann dürfte ich gar nicht anfangen, eigentlich zu fahren. Bei mir ist es nur eine mentale Sache. Und da, wenn ich fit bin, dann kann man es durchziehen. Es muss, muss gehen. Haben Sie schon Angst vor dem Dimmelsjoch? Respekt, sagen wir so, mir langt es jetzt eigentlich schon. Aber ich glaube, ich bin ganz gut im Zeitlimit, für den wir ein bisschen laufen unterwegs, gut essen, was die Mutter schmutz. Also ich bin ganz schön am Limit und hoffe, dass ich jetzt noch mal neue Energie hier tanken kann und dann den letzten Hügel auch noch gut packe. Ja, ein bisschen verrückt muss man schon sein. Man muss Ausdauer haben, aber hat euch das Ziel motiviert? Ja, ein bisschen verrückt. Also ich sage immer, ich muss meine Grenzen immer austesten. Und der Öztal ist genau das Richtige, um die Grenzen zu erfahren und die eigenen Grenzen auszutesten. Viele Damen und Herren freuen sich, wenn Sie jetzt einmal einen Pass erreicht haben. Und Sie sehen, jetzt können Sie sich entspannen, weil Sie können jetzt, wie man so schön sagt, das Rad laufen lassen. Das Gemeine ist nur Folgendes. Es gibt viele Kurven. Und wir können nicht einfach Kurven mit 80, 90 kmh nehmen. Also können schon, aber es gibt so etwas wie die Haftung, die Gleitreibung. Nein, das Problem ist das, wir müssen dann wieder abbremsen. Und das ganz Gemeine ist, wir müssen sehr viel bremsen. Wir haben einen Luftwiderstand. Das bedeutet, diese potenzielle Energie, die Lageenergie, wenn sie ideal wäre in der Physik und wir hätten keine Reibung, könnte man bis zum nächsten Pass wieder raufrollen, ohne dass wir nur ein einziges Mal treten müssten. Nur, das ist im idealen Fall und leider nicht in der Realität. Ein letztes Mal bergab fahren, bevor der gefürchtete Anstieg aufs Timmelsjoch beginnt. Die Energie, die umgewandelt wird von unserer Lageenergie in die Bewegungsenergie, die ist hundertprozentig. Aber von der Bewegungsenergie müssen wir sagen, 98, 99 Prozent der Energie wird in Reibung umgewandelt. Das heißt, wir müssen alles wieder rauftreten und können uns leider nicht vom letzten Pass zum nächsten erholen. Es spielt sich nur mental ab. Man muss einfach nur rauf, rauf, rauf treten und dann schafft man es auch. Eine reine Kopfsache. Gibt es genügend Energie jetzt, um da raufzukommen aufs Timmelsjoch? Nein. Kopfsache ist noch. Jetzt kommen wir vom Kopf aus. Glaube ich. Mulde Haxen dann. Und das andere ist Kopfsache. Gemütlich. 200 Kilometer haben die Fahrer bereits zurückgelegt. Während die einen tanzen, quälen sich die anderen zur Labe Schönau hoch. Musik 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 Physiotherapie und Massage – hier wird repariert, was noch zu retten ist. Sie haben auch Magnesium, sie haben einen sehr hohen Muskeltonus, die Muskulatur ist verspannt, hauptsächlich für die Beine, aber auch teilweise im Rücken vom Sitzen. Und es sind heute zum ersten Mal auch schon Topfahrer zu massieren gekommen. Das ist ganz, ganz gut. Oberschenkel, mach ein bisschen streiken. Aber jetzt geht's schon, ist ja nicht mehr weit. Stefan Kirchmeier holt jetzt noch einmal alles aus sich heraus. Weit abgeschlagen die Verfolger. Der Vorjahressieger Antonio Corandini und Roberto Cunico. Hier die beste Dame, Vorjahressiegerin Edith von den Brande auf der Jagd, um ihre eigene Bestzeit zu schlagen. Stefan Kirchmeier erreicht in 7 Stunden, 6 Minuten, 31 Sekunden das Ziel in Sölden. Damit hat der junge Tiroler die jahrelange Vorherrschaft der Italiener beendet. Vier Minuten später kommt Antonio Corandini mit einer Zeit von 7 Stunden, 10 Minuten und 1 Sekunde und kurz darauf der drittplatzierte Roberto Cunico ins Ziel. Die Belgierin Edith von den Brande hat zwar ihre Vorjahreszeit um 3 Minuten verpasst, aber ließ ihre Verfolgerinnen mit einer sensationellen Zeit von 7 Stunden, 51 Minuten und 30 Sekunden eine halbe Stunde hinter sich. Ich bin zwar 2005 glaube ich schon das Rending gefahren, aber da habe ich mit Rennfahren noch nichts am Hut gehabt. Eigentlich war das eigentlich der Startschuss für meine Rennradl-Karriere, jetzt blöd gesagt, aber zu so weit bin ich ja nicht gekommen. Aber es läuft ganz gut und von dem her habe ich vom Rennverlauf noch keine Ahnung gehabt. Ich bin damals 9 Stunden gefahren oder so. Ich habe nicht gewusst, wie schnell man jetzt im Laufen wirklich fahren muss, dass man mit den Schnellsten mitkommt. Und ich war mir auch nicht sicher, ob das heute für mich möglich ist. Also ich habe mir das Ziel gesetzt, wenn alles super läuft für euch, dass das Podium reicht. Aber ich war genauso zufrieden gewesen, wenn es ein 10. oder 20. Platz waren oder wenn ich komplett geplatzt war. Also ich habe es eigentlich wirklich gewusst, wie schnell man fahren muss und war eigentlich auf dem Wasser ein bisschen langsamer. Aber da habe ich schon gemerkt, dass ich mich eigentlich relativ leicht tue. Aber damals, als ich mit 16 da das erste Mal am Start war, habe ich irgendwie so natürlich ein bisschen träumen angefangen. Und man dachte, ja, geil wäre natürlich einfach weiterarbeiten und irgendwann nochmal vielleicht daher zurückkommen und gewinnen. Den Traum habe ich mir heute erfüllt. Und der zweite Traum ist halt, dass ich Profi werden kann, vielleicht in zwei, drei Jahren an dem arbeite. Und ich hoffe, dass die Tür vielleicht irgendwann für mich aufkommt. Ja, ich bin Zweiter geworden. Aber wir müssen bedenken, dass der Sieger ein Profi ist. Das ist sein Job und vielleicht ist das gar nicht gerecht. Ich bin berufstätig und passt schon. Es ist, als ob ich gewonnen hätte. Es war heute wieder ein harter Tag. Ich hatte einen sehr schnellen Start beim Kühtai, aber am Brenner waren wir eine große, langsame Gruppe. Erste, zweite, dritte Gruppe, alle waren gemeinsam unterwegs. Am Jaufenpass lief es gut. Aber am Timmelsjoch war ich, wie jedes Jahr, fertig. Timmelsjoch, like, every year. Energie muss helfen? Ah, nicht mehr viel. Jan Ullrich. Auch der Ex-Profi kämpft jetzt mit den Strapazen. Aber es geht doch. Helden sind die, die hinter uns kommen. Das brauchen die. Das brauchen die. Wenn so ein bisschen Spaß dabei ist, dann denken sie schon wieder einen Kilometer gar nicht mehr nach. Dann rollen die nächsten Kilometer von allein und dann kommt natürlich noch Timmelsjoch. Aber da kann ich auch nichts für. Wenn Sie da raufschauen, ist Nimmelsjoch. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Ich traue mir nicht umschauen. Ich fahre das das erste Mal, aber auf das freue ich mich ein ganzes Jahr schon. Das würde jetzt, darf ich geil sagen? Einfach brutal. Aber, wie sagt man, geil. Fahrradfahrer haben sicherlich so ein bisschen den Hang, so in der Beziehung verrückt zu sein. Das gehört dazu. Aber das macht auch dann die Freude aus. Wenn man sich gequält hat und im Ziel ist, dann war es super. Dann hat es sich gelohnt. Ja, die Herren geben nicht auf. Ja, also solange es möglich ist, wollen sie ins Ziel kommen. Und gerade jetzt, zu dieser Zeit noch, glaube ich schon, dass sie es schaffen. Ja, schieben teilweise das Rad. Ist halt ihr Ziel. Deswegen sind sie hier. Ob es immer sinnvoll ist, weiterzufahren, ist eine andere Frage. Ja. Aber sie sind schon, sie fürchten sich vor dem Timmelsjoch. Ja. Tut gut. Wenn ich es nicht schaffe, lasse ich es rauchen. Genau. Dann höre ich auf. Das ist ein Versprechen. Das Kühlteil ging auch richtig gut. Schön schnell gefahren. Dann am Brenner mit irgendeiner schnellen Gruppe gefahren. Dann wird sie langsam hart. Und dann laufen bin ich gestorben. Und jetzt gehe ich in die Hölle. Aber ich komme an. Kilometer 210. Es geht auf 2500 Meter. Das Timmelsjoch. Das Timmelsjoch zeigt jedem seine Grenzen auf. Ich habe jetzt Krämpfe, Knieprobleme. Und das schon seit 100 Kilometern. Also Seitenbrennen tut mir alles weh. Nur noch der Kopf. Ja. Der Körper sagt jetzt eigentlich nein. Ja. Jetzt ist reine Kopfsache durchzukommen. Der Rest hier. Ja. Das ist jetzt nur noch Wille. Und der Körper, ja gut. Der muss halt irgendwie mitspielen, ja. Wo es schon echt grenzwertig ist. Viele Damen und Herren sagen, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt, gerade beim Anstieg aufs Timmelsjoch, mit mentaler Energie fahren. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen leider mitteilen, es gibt keine mentale Energie. Wir haben das Gehirn. Wir nutzen es zu 100 Prozent. Auch das, dass wir es nur zu 10 Prozent nutzen, ist eine moderne Legende. Was wir aus dem Gehirn daraus machen, ist eine andere Frage. Wir fahren aufgrund der Umwandlung von chemischer Energie in mechanischer Energie. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die Muskeln akzeptieren die Befehle des Gehirns oder die Muskeln akzeptieren diese Befehle nicht mehr. Wenn sie das nicht mehr akzeptieren, dann fällt man vom Vorraum, dann wird man vom Kehrwagen aufgekehrt. Und sonst fährt man einfach weiter. Fährt man halt mit Schmerzen rauf. Das geht schon. Man stirbt zweimal dann rauf. Ich habe einen kleinen Krampf im Bein. Die muss ich jetzt zuerst rausgehen. Dann fahre ich wieder. Ist ja nicht mehr weit. Sind doch noch drei Kehren, glaube ich, oder? Ja. Vier Kilometer. Was? Dann steige ich wieder aufs Rad. In zwei Tagen würde das Spaß machen. Mit meinen Kumpels mit viel Pausenzüten durch. Im schönen Restaurant, ein Bierchen trinken. Aber an einem Tag ist das ja ... Was macht denn ihr da? Wir halten uns fest, damit wir nicht umkippen. Der Sohn schiebt seinen 70-jährigen Vater nach oben. Der Gipfel des Timmelsjoch mit 2.509 Metern. Hier kommen alle Emotionen hoch. Ich sag's doch, ich schaffe es. Und jetzt? Das ist ja wahnsinnig. Das war echt heute ... Das Wetter hat passen. Das hat alles passen. Das war so geil. Und du bereitest dir einfach das ganze Jahr auf so was vor. Und was du da zurückbekommst, ist das Wahnsinn einfach. Wenn du so was machst und wenn du dich selbst überwinden kannst. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Wenn du es schaffst, einfach da raufzukommen, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist mehr als ... Das sehe ich übersandet. Also ... Als ein Sechs im Lotter oder so. Haha. Das strengt schon an. Das ist eine schöne Schinderei. Aber man hat es ja so wollen. So sieht es halt dann aus, gell, wenn man ... Aber ein Jens Vogt gibt niemals auf. Wer gibt niemals auf? Horst Huber. Bis halb acht haben die Sportler Zeit hier anzukommen. Wer es bis dahin nicht schafft, der wird vom Besenwagen eingesammelt. Von den 4.122 Teilnehmern haben es 3.909 bis ins Ziel geschafft. Musik Bestens gelaunt ist auch Jan Ullrich, der Ex-Profi kam auf Rang 182. Mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht, neben der Katzenflagerei natürlich. Ich hatte wahnsinnig viel Sympathie auch unterwegs, mit vielen Leuten gesprochen, Autogramme gegeben unterwegs. Was hier jetzt los ist, ist ja fast wieder wie bei der Tour de France. Radsport ist geil, nach wie vor. Ich finde es auch stark, die Leute, die hier am Start sind, die finischen, die natürlich neben ihrem Beruf nur ein bisschen abfahren. Und da sind ja auch viele unterwegs, die sich noch mehr schinden müssen wie wir und Chapeau vor denen. Es gibt hier einen kleinen Manko an den Außenstationen. Es gibt keinen guten Speck, kein Wurstbrot, nur dieses süße Zeug, kein Bier und kein Wein. Dann war es leichter da drauf zu können. Es ist natürlich total wichtig, dass man in der Früh, wenn das Rennen noch ein bisschen gemütlich ist, aber wenn es noch im humanen Bereich liegt, dass man da genug isst, dass man einfach die Reserven hat, weil am Dimmel noch etwas essen, das brauchst du noch nicht mehr, weil das heisst. Man weiß selbst, Ferrari läuft ohne Benzin auch nicht. Das muss man ganz genau planen. Man muss eigentlich so bis 17, 18 Uhr am Vortag richtig gut essen. Kohlenhydrate bunkern, am besten drei Tage vorher, vier Tage vorher oder bis drei Tage vorher keine Kohlenhydrate. Richtig schöne Superkondensation und dann voll aufladen. Das ist dieser Effekt, die Batterie ganz entladen, die Tiefen entladen und dann mache ich dich. Und dann morgens ein ganz leichtes Frühstück, dass man nicht belastet ist und dann immer so ein bisschen, immer wieder, auch wenn man keinen Hummer hat. Also Radmarathon, für mich ganz offen gestanden, wäre sicher eine schöne Herausforderung, aber jetzt ganz ehrlich, ich habe mir das energetisch durchgerechnet. Würde ich teilnehmen und ich würde nichts essen, nichts konsumieren außer etwas Flüssigkeit, dann würde ich ein Kilogramm Körperfett verlieren. Für diese Strabats, ganz ehrlich gesagt, doch etwas wenig. Das entspricht ungefähr 7000 Kilokalorien. Kurz nach 20 Uhr trifft der Ötztaler Michael Mayer als letzter Fahrer im Ziel ein. Nach 13 Stunden und 38 Minuten im Sattel wird er wie ein Held gefeiert. Der Ötztaler Radmarathon. Ein Rennen, das Energie kostet, von dem man aber unsagbar viel Energie zurückbekommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017